Willkommen bei MEXICO Anleitungen & Tutorials. Heute zeige ich Dir, wie Du Deinen Windows 10 Computer komplett neu installierst. Bitte überspringe nicht die Hinweise am Anfang dieses Videos, sie sind sehr wichtig. Diese Anleitung funktioniert mit allen Windows 10 PCs, also Tablets, Laptops und Desktop PCs. Es ist auch egal ob Windows 10 bereits vorinstalliert war, als Update installiert wurde oder ob Du Windows 10 selbst installiert hast. Das Neuaufsetzen des Systems ist übrigens weitaus einfacher wie bei früheren Windows-Versionen. Du brauchst keine Windows-DVD mehr und musst nichts im BIOS verstellen. Trotzdem bekommst Du das gleiche Ergebnis, wie wenn Du früher, z.B. mit einer Windows 7 DVD, die gesamte Festplatte formatiert und dann Windows 7 selbst installiert hättest. Windows 10 bleibt dabei aktiviert. Du brauchst keinen Product Key eingeben und Du musst Windows 10 natürlich nicht neu kaufen. Eine Neuinstallation macht immer dann Sinn, wenn der PC nicht mehr schnell läuft, von Viren befallen ist oder es häufig zu Problemen kommt. Außerdem wird jeder PC im Laufe der Zeit immer langsamer. Das kann z.B. an zu vielen installierten Programmen, an verstellten Einstellungen, an Viren, oder an Werbesoftware liegen. Bei allen diesen Problemen sollte die komplette Neuinstallation des gesamten Systems helfen. Aber auch vor dem Verkauf Deines PCs ist es wichtig, in Vorher neu aufzusetzen. Bevor Du anfängst solltest Du unbedingt eine Datensicherung machen. Kopiere dazu alle Deine noch benötigten Dateien wie z.B. Bilder, Texte, Spielstände usw. auf eine externe Festplatte. Links zum günstigen Kauf von externen Festplatten und Windows 10 bei Amazon findest Du in der Videobeschreibung. Zusätzlich empfehle ich Dir, vorher Dein gesamtes System auf eine externe Festplatte zu sichern. Also mit Windows 10 und allen Daten, Einstellungen, Programmen usw. Eine Videoanleitung dazu ist ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem solltest Du auf die Internetseite Deines PC-Herstellers gehen und dort im Support-Bereich nach den aktuellsten Treibern für Deinen Computer suchen. Oft muss man dafür die Modellbezeichnung in die Suche eingeben. Die Modellbezeichnung steht meist auf dem PC-Gehäuse. Lade alle verfügbaren Treiber auf eine externe Festplatte oder einen USB-Stick herunter. Normalerweise werden sie zwar automatisch installiert, aber sicher ist sicher. Wenn Du kabellos, also per WLAN mit dem Internet verbunden bist, solltest Du außerdem sicherstellen, dass Du das WLAN-Kennwort weißt. Du wirst es nach der Neuinstallation von Windows 10 eingeben müssen. Meist heißt das Kennwort WEP oder WPA-Schlüssel und steht normalerweise auf Deinem DSL-Router oder in den Papieren zu Deinem DSL-Anschluss. Ein letzter Hinweis. Achte darauf, dass Du die Seriennummern bzw. Aktivierungs-Keys Deiner gekauften Programme noch hast. Du wirst sie nach der Neuinstallation brauchen, um die Programme wieder installieren zu können. Oft findet man diese auf oder in der Verpackung. Bei kostenpflichtigen Software-Downloads bekommt man diese Nummern normalerweise per E-Mail. Hast Du Apps und Spiele im Windows-Store gekauft, so wurden diese an Dein Microsoft-Konto gekoppelt. Du kannst sie also auf jedem PC herunterladen, auf dem Du Dich mit Deinem Microsoft-Konto anmeldest. Ich zeige Dir zuerst die Neuinstallation von Windows 10 und danach, wie man eine eventuell vorkommende, falsche Bildschirmanzeige korrigiert. Bitte sieh Dir das Video komplett an, dann sollte es auch bei Dir problemlos klappen. Klicke auf das Windows-Logo und dann im Startmenü auf Einstellungen. Dort klickst Du auf Update und Sicherheit. Wähle den Menüpunkt Wiederherstellung aus. Hier solltet Dir jetzt die Option, diesen Windows 10 PC zurücksetzen angeboten werden. Falls nicht, dann stelle sicher, dass Du mit einem Administrator Benutzerkonto angemeldet bist und dass alle anderen Benutzerkonten abgemeldet sind. Klicke dann auf Los geht's. Du wirst gefragt, wie Du den Windows 10 PC zurücksetzen möchtest. Es gibt die Möglichkeit eigene Dateien beizubehalten. Dabei bleiben alle Deine eigenen Dateien und die Dateien auf dem Desktop erhalten, also Deine Bilder, Texte und so weiter. Alles andere wird gelöscht. Also Einstellungen, Apps etc. App ist übrigens die Abkürzung für das englische Wort Application. Es bedeutet Programm oder Anwendung. Jedes Computerprogramm ist also eine App. Auch Spiele. Die erste Methode erspart Dir nur die Arbeit, Deine ganzen Daten auf eine externe Festplatte zu kopieren und nach der Neuinstallation von Windows 10 wieder zurück zu kopieren. Eine vorherige Sicherung des ganzen Systems würde ich übrigens trotzdem dringend empfehlen. Link zur Anleitung in der Videobeschreibung. Da diese Methode nicht wirklich viel Arbeit spart, würde ich sie nicht benutzen und dann lieber gleich zur zweiten und saubersten Methode greifen. Alles entfernen. Dabei wird wirklich alles komplett und ausnahmslos von der Festplatte gelöscht. Also Windows 10, Daten, Spiele, Apps, Viren und so weiter. Danach wird Windows 10 automatisch komplett neu installiert. Diese Methode entspricht dem, was man in früheren Windows-Versionen selbst mit der Windows-DVD machen konnte. Du solltest vorher Deine Dateien auf eine externe Festplatte kopieren, um sie danach wieder zurück kopieren zu können. Zusätzlich solltest Du die bereits erwähnte Sicherung des kompletten Systems machen, falls etwas schief geht. Klicke auf eine der beiden Möglichkeiten. Hast Du auch die komplette Neuinstallation ausgewählt, dann musst Du Dich noch entscheiden, wie die Dateien gelöscht werden sollen. Nur Dateien entfernen löscht zwar alles, aber Spezialisten können die Daten mit recht wenig Aufwand wiederherstellen. Dateien entfernen und Laufwerk bereinigen, macht das Wiederherstellen der Daten um einiges schwieriger. Das dauert viel länger wie die erste Möglichkeit, sollte vor dem Verkauf des PCs aber auf jeden Fall gemacht werden. Ich behalte meinen PC und wähle daher die obere Möglichkeit. Klicke auf eine der beiden Optionen. Hast Du gerade erst das Upgrade auf Windows 10 gemacht, dann wirst Du jetzt gewarnt, dass Du das Upgrade danach nicht mehr rückgängig machen kannst. Nun kommt nochmal eine Zusammenfassung der Dinge, die gelöscht werden. Wenn Du jetzt auf Zurücksetzen klickst, gibt es keine Möglichkeit zum Abbrechen mehr. Versichere Dich vorher, dass Du alle meine Hinweise vom Anfang des Tutorials beachtet hast. Dein PC wird sich jetzt neu starten und mit dem Löschen und der Neuinstallation beginnen. Achte darauf, dass Du keine externen Festplatten oder USB-Sticks angeschlossen hast und keine DVDs im DVD-Laufwerk eingelegt sind. Die Neuinstallation von Windows 10 kann je nach PC-Leistung einige Minuten oder den ganzen Tag dauern. Der PC startet sich dabei einige Male neu. Unterbreche diesen Vorgang nicht und lasse Laptops und Tablets am Stromnetz angesteckt. Übrigens kannst Du Deinen Windows 10 PC beliebig oft zurücksetzen. Windows 10 bleibt trotzdem immer aktiviert. Du brauchst Deinen Product Key danach nicht selbst eingeben. Sollte das Zurücksetzen bei Dir nicht funktionieren, dann musst Du Dir selbst eine Windows 10 DVD brennen bzw. einen Installations-USB-Stick erstellen und von dort neu installieren. Eine Anleitung dazu findest Du ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Nun sollst Du Dein Land wählen, Deine Sprache und so weiter auswählen. Achte darauf, dass alles stimmt. Bei mir wurde z.B. die Zeitzone falsch erkannt. Klicke dann auf Weiter. Lese Dir den Lizenzvertrag durch und klicke auf Annehmen, wenn Du einverstanden bist. Du kannst nun einige Grundeinstellungen verändern, indem Du auf Einstellungen anpassen klickst. Oder Du wählst einfach Express-Einstellungen verwenden. Nun dauert es wieder einige Minuten oder Stunden. Breche hier nicht ab, ich kürze auch das fürs Video. Ist Dein Computer nicht per Kabel mit dem Internet verbunden, wirst Du eventuell zwischendurch nach Deinem WLAN-Kennwort gefragt. Gebe es ein und klicke auf Verbinden. Nun sollst Du Dein Microsoft-Konto und Dein Kennwort eingeben. Das Microsoft-Konto ist eine E-Mail-Adresse. Oft endet sie auf athotmail, atlive oder atoutlook.com oder .de. In diesem Konto werden z.B. Deine Einkäufe im Windows-Store oder Deine Erfolge auf der Xbox gespeichert. Hast Du kein Microsoft-Konto, dann kannst Du hier eins erstellen. Grundsätzlich würde ich die Anmeldung mit einem Microsoft-Konto empfehlen, lasse das aber fürs Video und klicke deswegen auf Diesen Schritt überspringen. Dann kann ich ein normales Windows-Benutzerkonto anlegen. Sollte Deine Tastatur nicht funktionieren, kannst Du hier übrigens eine Bildschirmtastatur einblenden lassen. Außerdem sollte man hier ein Kennwort vergeben. Ich lasse das fürs Video und klicke direkt auf Weiter. Jetzt kann es wieder eine halbe Ewigkeit dauern, breche auch hier nicht ab. Fertig, Windows 10 ist jetzt komplett neu installiert. Falls bei Dir jetzt auch die Bildschirmanzahl unscharf aussieht, alle Elemente zu groß wirken oder das Seitenverhältnis nicht stimmt, musst Du eventuell Deinen Grafikkartentreiber installieren. Gehe dazu auf die Internetseite Deines Grafikkartenherstellers, also z.B. Nvidia, AMD oder Intel. Suche dort nach dem neuesten Treiber für Dein Grafikkartenmodell. Welche Grafikkarte Du hast, steht vielleicht auf dem PC-Gehäuse oder in der Bedienungsanleitung unter Technische Daten. Oder Du benutzt einfach die automatische Treibererkennung auf der Internetseite des Grafikkartenherstellers. Lade den Treiber herunter, installiere ihn und starte danach Deinen PC neu. Kontrolliere dann, ob die Bildschirmauflösung richtig eingestellt ist. Mache dafür einen Rechtsklick auf dem Desktop und klicke auf Anzeigeeinstellungen. Dort klickst Du auf Erweiterte Anzeigeeinstellungen. Eventuell musst Du nach unten scrollen, um das sehen zu können. Stelle hier die richtige Bildschirmauflösung ein. Diese findest Du im Handbuch des Laptops bzw. Bildschirms unter Technische Daten oder indem Du Dein Modell im Internet suchst. Du solltest immer die native, also die Standardauflösung Deines Bildschirms einstellen. Alle anderen Auflösungen werden durch Berechnungen skaliert und wirken daher leicht unscharf. Klicke dann auf Anwenden. Ist die Anzeige in Ordnung, kannst Du auf Änderungen beibehalten klicken. Wenn Dir die Texte und Symbole nun zu klein sind, kannst Du sie wie folgt vergrößern. Klicke auf den Zurückpfeil. Ziehe nun mit gedrückter linker Maustaste diesen Schiebregler ein Stück nach rechts. Klicke danach auf Anwenden. Sind sie Dir immer noch zu klein, dann kannst Du den Schiebregler noch weiter nach rechts schieben. Damit Du Deine Änderungen überall siehst, musst Du Dich abmelden oder einfach den PC neu starten. Falls an Deinem PC irgendwelche Geräte, wie z.B. das WLAN-Modul oder Sondertasten auf der Tastatur nicht mehr gehen, kannst Du jetzt die vorher gesicherten Treiber installieren. Und natürlich Deine gesicherten Dateien zurück kopieren und Deine Programme installieren. Achte dabei darauf, nur die wirklich benötigten Programme zu installieren. Wähle bei der Installation von Programmen, wenn möglich, immer die benutzerdefinierte Installation aus. Dann kannst Du überprüfen, ob Dir vielleicht irgendwelche Toolbars oder anderer Werbeschrott untergejubelt werden soll. Das hilft dabei, Deinen PC sauber und schnell zu halten. Solltest Du noch Fragen haben, poste sie unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen, bitte gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Keine Angst, das kostet nichts. Das bedeutet nur, dass Du von YouTube informiert wirst, wenn es von mir neue Videos zu sehen gibt. Und hier findest Du mich im Web, bei Twitter und bei Facebook. Bis zum nächsten Mal bei Mexiko, Anleitungen und Tutorials. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020